Die Freizeitgestaltung ist ein zentraler Bereich im Leben des Menschen, den er durch eine Fülle an Angeboten befriedigt sehen will. Das Freizeitcenter All-In Bowling in Berlin-Reinickendorf hält eine so große Vielfalt an Freizeitvergnügungen für Sie bereit, dass Sie bei jedem Besuch aufs Neue überrascht sein werden. Vor allem das Bowling-Angebot sucht weit um seinesgleichen. Zum Beispiel können Sie als Frühaufsteher bereits zum Frühstück die Kugeln rollen lassen. Ein besonderes Highlight ist das Cosmic Bowling. Damit bietet Ihnen das Freizeitcenter ein optisches Ereignis, das Sie durch das Zusammenspiel von fluoreszierenden Materialien mit einer coolen Lightshow garantiert vom Hocker reißen wird. Während eines Sky Sports Bar, Billard und Automatengames die Freizeitmöglichkeiten abrunden, ist das All-In Bowling auch eine äußerst beliebte Location, um so richtig abzufeiern. Aber auch für die kleinsten Besucher ist mit einer Kinderecke bestens gesorgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017